ja nur ganz kurz zu den märkten wir sind ja hier nach wie vor also es scheinen sich ja die märkte sozusagen zu stabilisieren zu erholen und all dieses meine meinung hier sind wir mal beim dax der dax der dax der dax ja das ist passiert ja gar nichts weil wir sind ja noch nicht mal über das das hoch der letzten woche hinaus aber wegen sieben der range was passiert jetzt ganz konkret die börse das was du hier in der börse siehst also insbesondere die indizes nehmen immer das voraus was der markt meint und was in den nächsten aktuell würde ich mal sagen der nächsten zwei drei wochen passiert oder monat maximal das ganze geht jetzt davon aus also der markt geht davon aus dass wir am 20 april in deutschland unsere geschäfte wieder öffnen das alles wieder back to normal dass die fabriken wieder anspringen das ist so der stichtag und das wird jetzt bereits abgebildet ja die börse nimmt immer vorweg ja und wir sehen schon dass natürlich das ganze viel viel langsamer auf läuft als es runtergegangen ist auch klar und wir sehen auch dass wir uns nach wie vor in einer korrekturzone bewegen von weniger als 20 prozent was es den dax betrifft ja also vom tief von 8000 punkten drauf auf 10.000 sind ungefähr 20 prozent also 10.200 oder so werden dann eben 20 prozent je nachdem ob du jetzt den absoluten tiefpunkt nimmst oder den schlusskurs den wochenschlusskurs ja ist natürlich auch ein unterschied manche trader nehmen das sind es so manche trader sind es wieder anders nackt und selten situation sollte man da auch nicht so kniebelst sein welche welche das sind also spielen meiner meinung nach 500 punkte hinterher nicht nicht wirklich die große rolle und die wohler geht zurück etwas weiter die wird wieder zurückkommen davon bin ich fest überzeugt egal welche richtung es weiter geht worauf hinaus will es dass der markt geht jetzt davon aus dass ab dem 20. april wieder alles back to normal also zurück zum normalität geht zumindest in etappen sollte jetzt aus irgendeinem grund entschieden werden dass dieser shutdown lockdown nenn es wie du willst noch länger anhalten muss ja aus verschiedensten gründen weil es eben sicher ist sagen wir noch mal einen monat bis 20 mai oder vielleicht sogar bis juni es gibt ja länder die sind die sagen jetzt schon sie brauchen bis juni tschechien glaube ich hat von vornherein gesagt die machen die grenze sechs monate dicht ungarn hat sozusagen mal gerade das parlament entbachtet ja und er kann jetzt auch machen was er gerade will also da jetzt auch so ein bisschen richtung diktatur ist ja es ist mir nicht relativ wurscht ich bin ja kein ungar aber ich möchte einfach wieder hinreisen können ja es mir wurscht was der darum diktatiert na ok jetzt habe ich den satz nicht mal beendet also sollte es am 20 nächsten april nicht bleiben das heißt von dem tag und das ist dann meistens auch immer so ein schönes wochenende wo sozusagen die börse dann auch richtig zeit hat dass das nicht wieder was aufstauen kann wenn die sagen naja jetzt machen wir das ganze noch mal einen monat länger dann ist natürlich diese erholung hier dann wird das ding abverkauft innerhalb von von stunden ja weil die meisten man kann sich da viele berichte anschauen von restaurantbesitzern von zahnarzt besitzen von friseuren von pizzeria besitzern in berlin in münchen in köln in hamburg egal wo man hinschaut so nach die mussten ja alle ihre ihre gastronomie komplett schließen und die haben alle gesagt spätestens nach der vierten woche kriegen wir richtig probleme drei vier wochen halten wir uns noch über wasser und ich denke mal dessen sind sie sich auch alle bewusst also das heißt wenn dieser stichtag 20 april nicht hält dann können wir uns noch mal auf einen schönen auf eine schöne zweite welle gefasst machen davon bin ich mal mehr oder weniger überzeugt und von daher bereite ich mich auch entsprechend vor das heißt ich habe meine 15 20 prozent aktien ich habe meine 5 bis 10 prozent edelmetalle und all das ja aber ich habe auch noch wenn ich jetzt mal mein aktiendepot begutachten den schönen prozentsatz den größeren prozentsatz auf der cashseite und wenn es jetzt wirklich jetzt wirklich mal von herz von mann zu mann wollte ich schon sagen ich weiß nicht also ich habe ja fast nur männer als zuhörer die frauen sind sie halt für diesen kram eigentlich auch nicht oder sehr selten nur ähm ja das dass wir jetzt einfach nur noch bergauf laufen ja du merkst wahrscheinlich schon dass ein bisschen ironie in meiner stimme ist ja das heißt wir gehen jetzt drauf auf 10 5 das hatte ich ja sowieso gesagt dass das eventuell möglich wäre weil die meisten sagen naja 20 prozent vom 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 tief sind so 10 2 10.000 und da setze ich dann meine stops und diesen das und jenes und das machen eben dann ganz viele deswegen setze ich lege ich immer noch ein bisschen was drauf ne weil wenn weil ich nehme mal an dass diejenigen die sagen ich bin short es gibt ja immer auch welche die sind so diesen short ja ich habe zum beispiel wieder eine kleine short position heute wurde wieder ausgelöst ja weil ich eben bei 10.000 wir sehen jetzt gerade 10.000 45 punkte ähm ganz klein nur ganz kleine positionen das heißt ähm die strategie dahinter ist dass ich diese kleinen short position auch noch halten könnte wenn es auf 10 5 geht ja also keine großen äh rucki zucki schnell reich werden positionen so eine kleine äh positionen die ich auch ähm theoretisch mittelfristig halten könnte das heißt selbst wenn wir jetzt herauf laufen auf 10.500 auf 11.000 auf 11.500 na könnte theoretisch diese short position trotzdem noch halten weil sie so klein sind ja eventuell noch weiter aufbau ausbauen diese short position um einfach ein gegengewicht im portofolio zu haben ja sagen wir mal vom im verhältnis von 1 zu 1 zu 5 ja würde ich so weit würde ich gehen das heißt fünfteile aktien und ein teil short position ungehebelt ja ja ähm so das ist so meine meine strategie aktuell kannst du mir mal deine deine strategie in die kommentare hauen ich denke dass es momentan gehen die meinungen sehr stark auseinander ähm bei manchen videos habe ich das gefühl dass dass ich da wirklich die spreu vom weizen ähm das ist vielleicht das falsche wort das halt wirklich unterschiedlichste parteien äh sind ähm ganz große konträr meinungen ja die einen meinen ja ich weiß es auch nicht also die einen sagen abwarten abwarten ja und da stimme ich auch mit und dazu ähm ich denke mal dass wir uns nicht in einer normalen korrektur oder aktienkrise oder sowas befinden wie es halt 2018 war ne ich denke mal dass das auch ein bisschen ähm ähm zu ja wie sagt man zu kurz zu kurz gegessen ne wie sagt man zu kurz ja egal also da gibt es ein sprichwort zu kurz irgendwas also zu kurz gedacht ist also die coronakrise mit all seinen nebenerscheinungen das was wir hier sehen die fünf roten wochenkerzen hat das jetzt abgebildet punkt jetzt ist alles vorbei ja also das ist ein bisschen zu kurz gedacht glaube ich ja egal an was du glaubst egal ob du ein negativer positiver typ bist oder was auch immer das ist schon das wäre schon würde schon an idealismus grenzen ja ja und von daher bin ich vorsichtig weil ich eben keine lust habe dass ich eben jetzt immer schon fleißig investiere und ähm dann eben sozusagen wieder hinschauen muss wie wie mein depot leidet ich denke mal also das ist auch meine überzeugung dass leute die jetzt das sehen und sagen okay ich investiere heute ich investiere gestern ich investiere morgen kriegen guten kästen cost average auf wochenbasis wenn wir von cost average reden also ich zumindest dann rede ich vom langzeit depot und damit meine ich wirklich langzeit da suche ich mir dann fünf oder zehn aktien aus oder sowas oder vielleicht auch 20 wenn ich mehr geld habe und da kaufe ich dann einmal im monat vielleicht und dieses depot schaue ich mir gar nicht an über fünf oder zehn jahre ja das ist langzeit wenn ich jetzt sage ich gehe in tranchen rein ein zwei dreimal die woche dann ist es für mich nicht langzeit weil dann ist es einfach nur ich will einfach nur die aktuelle situation ausnutzen gesetzt dem fall es geht jetzt wieder rauf ja wenn es das nicht tut wenn wir tatsächlich wenn wir doch noch aus irgendwelchen gründen und das kann recht schnell passieren ja auf 7000 runter gehen auf auf die zone 7000 bis runter bis 6000 5500 kann alles sein ja noch vor zwei wochen sah die welt ganz anders aus da war jeder davon überzeugt wir sehen die 3800 ja also besonders von den tradern und so weiter das sah die welt ganz anders aus ja und natürlich ist die 10.000 auch eine psychologische marke und all das aber wie gesagt es genügt ein kleiner auslöser und dann hast du ein fettes minus hinter den aktien die du jetzt gekauft hast sozusagen in der aufwärtsphase in dieser bären rallye oder wie man das auch immer nennen mag und ich bin davon überzeugt dass ein großer teil der leute die das dann so umgesetzt haben das heißt die haben jetzt in diese bären rallye wieder rein gekauft und sehen dann diese käufe auch wieder ins minus laufen dass die dann die nerven nicht haben und das durchhalten und dann sagen wir mal fünf jahre halten können und das das ist die große gefahr und deswegen bin ich so teilweise so pessimistisch was ich normalerweise nie bin ja auch für die leute die hier zuhören und zuschauen und so weiter also das ist ich denke mal das a und o ja und das sollte das muss sich eben jeder für sich selber überlegen ja und selbst wenn du jetzt sagst naja das halte ich aus halte ich durch und wenn es dann passiert dann springen die meisten doch wieder ab genau zum falschen zeitpunkt weil sie eben zu viel nähe zu ihrem depot haben weil sie eben nicht dieses diese strikte trennung haben zwischen langfristig und kurzfristig depots ja eröffne am besten noch mal ein zusätzliches depot auf cap trader auf links oder was weiß ich habe ich auch noch mal ein depot eröffnet einfach auch um einfach das sozusagen zu verteilt zu haben auf unterschiedliche banken und so weiter fxcm nutzt die barclays bank ja links nutzte city bank dgiro nutzte jb morgen ja also falls man eine bank und die probleme kriegen sollte dann hast du nicht sozusagen alles auf einer bank und das ist auch ganz wichtig glaube ich es kostet ja nichts also so ein depot zu öffnen und insgesamt sicherer also das ist so mein tipp für heute ich sehe da jetzt keine neuen allzeithochs das ist mal mein statement für heute bis zum nächsten mal ciao